Hallo liebe Zuschauer, schön, dass ihr wieder da seid. Wer in Hallmark hat wieder ein neues Video gemacht, das aber wegen seiner Brisanz nicht auf YouTube zu sehen sein wird. So leid mir das jetzt auch tut, aber du musst in dem Fall ein bisschen flexibel sein. Und in der Beschreibung von diesem Video findest du einen Link auf hallmark.net, dort kannst du mein neues Video angucken. Also stell dich nicht so an und mach halt. Wir sehen uns dann auf hallmark.net.